So, da muss ich hin. Da hin. Was ist denn da noch? Ach, das ist eine Nehmission. Das ist ja bei dem Unterschlupf. Oh, das ist ja wohl ein Unterschlupf, oder nicht? Ich bin auch zur nächsten Hauptmission. Ja, auf und out. Sicherheit noch. Wir sind wieder online. Herzlich willkommen wieder zurück zu Fortes Gamerhaus. Zusammen mit den Fractors. Oldfirehand und Haki77. Den hab ich da. Haki, den hab ich gerade mal geschickt. In the Generation Zero. So. TP-Link steht hier, nicht hier links? Ja, mein ich doch, TP. Okay. Und der hat am besten abgeschnitten, eigentlich. Das war dunkel, das hier hat nicht. Kannst du auch schauen, ja? Ja, jetzt hat's zwar Blitz, aber... Ich hab ja gerade noch meine Hintergrundbeleuchtung aus. So, und das mein ich... Das sind neben so eine Götter da oben, ne? Was haben wir hier noch? Ah, Unterschlupf und hier. Gemeinsam stark. Auch ne Nebenmission. Oder sollen wir zurückfahren hier zur Erste Kontakt? Schon bei Weizdüsen hier. Alter, lass uns doch gerade noch den unentdeckten Unterschlupf machen, wo wir eben hinwollte. Wo ist der? Geradeaus, oder was, oder? Äh... Ähm... Wo gerade waren da? Nordrosten, so? Verfolgen, hier. Hier. Ich fahr' euch mal nach. Ich bin richtig fahr'n diesmal. Oh, da sind ja zwei Hunde. Ja, lass uns die Hunde sein. Keine Lust zu spielen da mit denen. Ich glaub' eh nicht so viel Munition. Ich glaub' eh nicht so viel Munition. Ab, da ist die Karotte. Mhm. Oh. Das hier bist du die Karotte weiß ich nicht. Ach, doch. Hey, sind wir doch falsch jetzt hier. Wie bist du mir doch eh mitgelebt? Ich hemm fest? Ja? Ne, ich rutsch hier runter. Ich komm' nicht weiter. Scheiße. durch das war ich wieder hey man rutscht da hier sogar richtig ich komme schon wieder nicht weiter wir lieben fahrrad fahre ja ja da habe ich schon gelootet ja da haben sich rutscht veronen schaffst du hast auch geschafft und fette kettoblasten gestickt ich glaube bei mir ist die hose hin gerissen siehst du schön so voll den schlaz hinten drinnen hier ist auch militär so wie es aussieht so falsch links ja aber ich bin jetzt zusammen vorbeigefahren hier ist die zeug oh 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 Na, gegen Bombenfests. Oh, wer ist er? Was schießt denn hier noch? Du, jetzt versteckt. Du! Ich weine. Oh jo, da ist doch irgendwas gekennst. Hier doch auch. Okay, hier ist auf jeden Fall noch was. Im Haus drin oder was? Oh, im Haus. Mein Gott, hier ist alles. So, machen wir wieder ein bisschen Munition hier auf dem Stock, ey. Hier können wir Fahrräder bauen. Hier ist ein was. Im Haus drin. Im Haus drin. Ja, wo ist denn? Guck mal. oder gibt es noch irgendwie was liegt denn hier? Taschenlampe Oha Na toll Ja Wie denn? Draußen durchs Fenster Durchs Fenster? Halt ich ja nicht los Was ist denn hier? Ist der weg? Ich hoffe Du hast hier alles in Brand gesteckt Guck mal die ganze Sicherung gebrennt Also er ist auf jeden Fall Ich fies und du hängst Ja ich weiß Jetzt häng ich wieder fest hier Aber wieso? Wie kam er da nicht drin irgendwie? Abgeschlossen Gemeinsam sind hier stark Naja läuft doch Hier ist ein Sammelling Toll wie soll man den looten? Ganz ehrlich Ich denke dass das so ein Bugfehler ist Der sollte gar nicht dafür sein Oh guck mal drei schöne Plätze Wir haben eine wunderschöne Aussicht Auf der Hollywood Schaukel Wiei Oh Ich hab die Kissen runtergeschmissen Es tut mir leid Wiei So Ich geh mal wieder runter So Level 7 gleich erreicht Aber dann hier noch irgendwas an Mully Finde den verschulden Armeelaster auf der Straße nach Meske Mit dem das geht auf dem weg zu der hauptmisterung aubern auf machen ach gucke an wenn du steuerkreuz nach rechts kurz antippst du es da alle waffen durchgehen okay sagt mal dass meiner ich suche mal beim steuerkreuz mit der 1 okay noch mal was wenn der steuerkreuz nach rechts machst kurz gedrückt ist auch beziehungsweise kurz eindrückst dann du sie die waffen durch wechseln ist das unser hat rechts durch der genau das ganze rad sagt aber es war gut zu wissen auf die schnelle mit ihr manchmal sind so drücke ich mal bei dem rad und dreh und dreh gemein zeigt über der fahrradstation der moped an das symbol stimmt aber ich stehe auf öko von daher ist das schon los oder was das schon losgefahren links links oder ja ja da gibt es einige spüren jetzt hatte ich ja mir wurde eine röpfe jetzt hier mal schauen warum die stahlhelm und wieder ein zielfernrohr mal stuhl weg ja das ja 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 wir ja 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 Und dann hier waren wir noch auf dem Kiste. schalldämmung links in dem klein wenn du reinkommst nicht bei mir gegenüber das haus da bei dem auto hier da ich mal drauf schießen dann brennt das haus so eine garage ist aber auch nix hat auch ein kiesklauber zwirn ich glaube hier tapferer schneider ein ganz sicher spielen ja mal ja 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 Das ist irgendwie ein Scheiß Er weidet das Magazin, aber das habe ich doch schon Für die MP halt, ne? Aber soll ich ja das droppen, dann kannst du es nehmen Kann ich raus Ne, ich hab hier schon das auch nicht Boah Boah, Peter Oh, fuck Danke, tot Du kriegst ne Atralin-Schmitz, ich dropp dir eine Hat der eine So Okay Warte Dropp dir eine Alles gut Ich dachte nicht, dass er euch drinnen erwischt Also nicht schon, sonst weiß ich gar nicht Ja, doch Ja, doch, wir frotzt ein bisschen abgezogen Pist-Magazin, ach so, fliegt Pist Okay Guck, ich tu dir sogar Hier, Medi-Cat hinlegen Zack Zwei müssen sogar sein Dankeschön, war nicht richtig Trotzdem Ja Ja Ja, das war's hier so nicht Aber, das war ja nur der Schalldämpfer, oder das war ja ein Witz Das muss ne Waffe sein, warte mal, ich hab da noch nie den Das haben wir hier noch, ein bisschen Benzin Zack Ja Auch noch ein bisschen Benzin Ja, damit Äh So Maschinen Bist du Ah, okay So ist das schon mal gut Das ist doch Boah, was für ein Flügel, ey, ich hab's gefunden Was dann? Boah, ich schaff's mir Ja Wie willst du da hochkommen? Tja Und zwar In die Leiter Achso? Du musst hochhüpfen Schön daneben Ach Ich auch Warte mal, geh in die Hocke gehen Geh mal in die Hocke So Schau mal hier, der Prügel Ja Ah, in der Hocke geht's besser Ja Ja Da hat's auch eingeschafft Oh, da hat er keinen Prügel Die Wäscherli Tatsächlich Boah Oh ja Oh ja Die Bordelust ist doch echt Das ist fett Ach, das ist doch aber Lecker Ganz schön bald geht die Ja Wollen wir mal suchen, oder was? Kratsache Kannst du mal nach Amt suchen Für Beschluss hab ich für die Ja Ja War für gefunden Wo legen wir die denn hin? Ah ja, oben hin Ach nee, da wollte ich eigentlich Granaten machen Ich nehm sie mal mit, aber ich nutze ihn auch nicht Ich nehm sie mal mit, aber ich nutze ihn auch nicht Meine Granaten sind eh alle Also kann sie auch da Ja, also nehmen wir das Ja Willst du mich verarschen? Oh, das ist ja mal Alle Unfalle Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Mhm Mhm Hatte ich vor uns auch Mhm Oh, da ist ein Gegenstand hier oben noch Hä? Da ist ein gerade zweig Was? Hier, da oben Ich wollte da eigentlich halt Der hinhüpfen wird untergefangen Hier Stimmt, da oben steht er Den Tabs Ah ja Ah, drauf geschossen Reicht das? Ja Reicht das? Ja Den Gartenzwerg, der an der Ding steht Ja Hier oben Ja, das ist weg geschossen Ja, es hat aber eben auch irgendwas gestandet Ja 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 Okay Du Oh weh, du kannst Mein lieber freund, ey Die bauern nur so schön die steaks Ich muss mal viel wieder hinlegen irgendwie Auflegen müssen Das Tasche Mal noch Ich kann nicht schwimmen Hehehe Hehehe Ohhhh Bitte Doch seit ich nicht mehr so viel dabei habe, rennt ja auch viel schneller wieder Hehehe Oh, ich find er voll 40 pillow Gehört mir nicht Wie auch nicht Wie auch nicht So, jetzt haben wir hier ab und schau dem Wetter auf Hier wieajay Schweinebacke Was denn hier? Achso Ja, oder? Achso, jetzt ist ich auch gut auch für dich Schalte Dann würde ich mal sorgen Nächste Ziel ist die 2 Das hört sich gut an Das ist allergisch was, sonst bringt mir gar nichts Aber ich nehm sie mal mit Das ist auch die Karte luken So, jetzt wir sind da Sind da hin Und da hin Das ist auch die Karte luken so wird den weg folgen aber das hört sich gut an jetzt stellen sich die kampe heute kann den minimieren hier oben auf die zwei rüber raus ja ja gespannt bei mir hier erst mal motorrad oder sind ja schon wieder so riesen mit peter fährt mit noch zu aus blind hier klingelt gut so ein stinky ist das weg Stinkig Aua! Oh, der hat Keto! Ich renne die mal schön ab, ich schatzte vorbei Ich hab mir bester, umgekehrt Hui! Da rinnt ihr! So! Boah! Wo kommt denn? 10W hab ich noch Der da von lauter Strebuckke fahr ich in die Karotte Wo wow 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 wow, komm gib Gas Junge Keineineineineineineineineineineineineineineineineineinen Was bringt die denn hier noch mit? ja mich gleich links um links um links um was ist das hier? Stonehenge? Der Teufel ist das hier da! Der läuft doch da! Genau, drehen wir den alle! Was? Was? Recht rum! Recht rum! Ja, was jetzt? Der läuft so runter! Scheiße! Hier ist ne Hütte, da muss man was stecken! Jupp! Ich bin hinten! Ich überhole jetzt! Wuh! Ey, der steht volle Hütte um mir! Oh oh! Ich hab's nichts getan! Da ist der nächste! Da sind zwei! Mensch, läuft doch schneller, Kalle! Ey, das ist unfair! Das ist unfair! Das braucht man nicht! Achtung! Peter! Ja! Jupp! Da kommt's mir jetzt hinterher, ey! Na geil! Löffel 7! Zack! Das ist gut! Leg dich denn mit Ohrhaken an! Mein Fahrrad brennt! Ach nein, noch nicht! Dein Helm brennt, Junge! Das stimmt richtig! Alter Verwalter, da rennt ihr die uns hinterher, du, he? Das ist aber geil. Das fand ich gut. Geht's mir hier rein? Nee. He? Ah, wer? Da ist ein Bunkerchen da oben. Genau. Ja, der ist hier. Hier, ja. Aber da müssen wir doch nicht hin, oder? Nö, aber da kann man gucken. Wir sind doch hier rausgekommen. Wir sind doch hier rausgekommen. Bist du sicher? Ja. Wir waren ja noch gar nicht, ne? Wir waren ja gar nicht mehr. Na gut, wenn ihr meint. Ich würde sagen, wir waren schon hier. Nein, ich würde sagen, nein. Ich enthalte mich. Schau mal. Hallo? Das sieht alles so gleich aus, ne? Ja, ist doch gleich, glaub ich. Die haben ein... Ach, froh, ich muss dem Peter unterrechnen, weil hier ist ne Kiste, die ist schon auf. Ha, 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 ha. Hier sind vier irgendwo rechts. Das sind die kleinen komischen Roboter-Dinger da unten. Ja, komm dann, lass uns weiter. Ja. 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 Ich stehe ne Peter Orme auf uns hin, gell, dass wir hier schon drin waren. Nein. Nein. Hätte sein können. Hätte sein können. Schnappst die wir alle hier. Da haben wir schon viele Schiecher hier. Und hier ist schon wieder los? Ach, nee. Ne. Wo? Hä? Das sind noch kleine Roboter. Nix. So, ab zu zwei. Ja, zwei. Ja. Ja, wie fahren wir sonst nicht mehr bis auf oder was? Ha, ha, ha. 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 Ha, ha, ha. Ha, ha. Warum meister? Ich bin gerade euch gefahren, ihr habt den Scheid. Ich weiß schon genau. Ha, ha. Ha, ha. Mal gucken, ja. Ja. Wann kommen wir hier? Was ist das? Nichter. Ja, ich bin mal bei einem lustigen Holzfäller. Oh, mein Schiss. Gornade. Gornade. Gornade oder irgendetwas. Lautsprechermodul verkaufen. Und ne Pepsi. Und ne Pepsi. Und ne Pepsi? Und ne Club Cola. So, was haben wir hier noch? Vorrädl. Wo ist meins? Ne volle, fette MG. Ha, ha. Abrel, Abrel. Ne, die habe ich aber noch nicht. Ne, ich habe nicht. Die Waff. Hm. Welche? Wo ist die denn? Ja, hier bei dem Typen liegt die. Ach so. Die müssen wir alles wünschen, darf man wohl gucken. Hä, wo? Was liegt da? Ah, ja, genau die, ja. Die habe ich auch noch nicht. Okay. Apognese oder ja? Ah, wir haben Gesellschaft auf rechts. Ist das so? Rechte Gesellschaft. Seht nicht. Tut mir leid, wir werden alle links. So, guck mal, Fahrrad. Hopp. Na ja, da geht's. Ne, oh. Jetzt zieht er mich mit. Der Hund. Wupp. Voll verpackt. Ja. Oh, ich finde das eigentlich geil. Amisant mit den Fahrrädern so zu fahren. Als wie mit Mopeds. Mopel geläuft sich schnell. Mh. Wollen wir mal hier den gelben Haus gucken? Mh. Mh. Richtig Pumper. Komm. Ja, da vorne sind schon Viecher. Der scannt gerade rum. Rantwarp. Du wüsst nichts. Oh ja. Wer schießt noch? Welcher Knarre. Die greifen mich doch auch. Ne, ich will das nur wissen, weil die Knarrellschut anhört. So. Auf die anderen Seite. Liegt eine Pumpgun hier. Ich hoffe, die eine Waffe liegt hier. Die habe ich. Geht auch mal in Deckung. ich verstecke mich doch hier wo sind die flieger denn hier kommt der nächste hier rein bestimmt aber ja draußen rennt er schon rum na komm put 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 rein hier mit dir hier hinten ist noch einer und hinten scannt der dreckhund auch und hinterm haus da ist noch so ein kleiner hinter eingang aber das hat von unserer seite barrikadiert das wieder hier hinten drin in den hinterhäusel ach da hinten macht er so hier draußen ist ein fluss von einer rum jede menge noch einer ja bist du aber der kommt gerade macht schon mal genau hier ach das ist bestimmt der konnte diese das kann sein ja der armee last da Okay. So, hat es noch was, Kevin, hier geboot? Hmmmm, wer ist noch was? Da liegt ein Wurz, ein Wurz von der Knarre, dann kommt kein Warte von mir. Ja, das ist ja alles. Bei mir geht's auch noch da rum, aber für was? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Ich weiß, wir haben einen Container. Sieht mir da rein. Wie bitte? Ich hätte schon nicht mehr warten können, gell? War was drin wenigstens? Ist da jetzt nichts Versonderes, oder? Nein. Ist ja traurig, ey, gell? Bis jetzt, das ist irgendwie nicht so was. Standard-Loot. Was habe ich denn hier? Na ja, waffenmäßig wäre man nix großartig, wie gesagt, nicht mehr kommen. Komplett, Saat, Turf. Wie gesagt, aus Sascha, das wird ich glaube meine, entweder war es die Panzerfaust, die umrüsten, ganz im Granatwerber oder andersrum, auf jeden Fall. Viel wird dann nicht mehr kommen. Also damals zumindest. Was wir jetzt reingebracht haben. Ich glaube nicht, dass wir mehr reingebracht haben an Waffen so. Weil das passt dann in der Zeit, wenn du neben einem Lasergewehr rumrennen würdest. Das ist richtig, ja. Obwohl, Roboter... Du kommst ab. Zerstören, da kann er gar nicht mehr. Vorzugangsbarcode wieder. 0 von 3. Was tun wir denn jetzt? 2 war da hinten. Hä, sind wir schon vorbei? Äh... Ja, sag mal. Ne, müssen wir nach rechts weg. Was ist das, wie geräuscht hier? Die meisten. Die müssen hier rechts hoch, müssen wir, oder? Sicher. Oder, oder ist ein große. Ja, das stimmt, du hast recht. Dann müssen wir nach oben hin. Du hörst ja oben schon was. Ja, ja, ich seh's auch. Ich komm nicht hoch. Ach, hier ist es ja. Ach man, oh, ich war zu groß. Hinter uns funktional, starker. Oh, da oben rennt einer rum. Ey, 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 ey. Was ist denn hier? Ich laufe, ich kann nichts machen. Jo, ich glaube, das stimmt, Alter. Was ist denn das Ding gerade, ey? Spinnst du? Du Hund, du Bläder. Ach ja. Wie ist das denn, Stinky? ajo was dann da oben noch was ja noch zwei prozent wo ist ich denke den stellen auf dem hügel hier näher hier ist der wütter ich möchte gerade heilen ich wollte mich gerade heilen ich bin nicht ich glaube, das ist einer so schattes wie wäre es hier hast du den? boah, der ist ja noch, oder? der ist ja eine große Scheiße der will mich ohohohoho da käme der auf mich zugesprungen drecksack fiese Möpp haut ab ihr scheißfiecher lasst mich in Ruhe was ist das denn hier? pack nehmend da ist ja noch so ein Kräuter da ist ja noch so ein Kräuter was kannst du uns erzählen was kannst du uns erzählen? over we do not know we are in the process of instigating and confirming the origin of the enemy oh we lost the signal again so we are all over pfff god so wherever we go we won't be safer than here look i don't know if we can trust what they are saying maybe my parents were right about the service all along we should get rid of all the jammers and then we'll see da ist kaum noch loot in den autos fällt mir grad mal so auf hier ist ein bisschen wieder let's just hit mhm 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 Jetzt nix gescheudes. Rüchte ich das mal Mully? Warum brauche ich dann so viele Fernrollen? Damit du Dinge aus der Ferne abschießen kannst. Oh nein, was ist das los? Ich hab festgepackt, ich weiß ja. Du mal versuchen, einen Kreis länger zu drücken. Ich hab's geschafft. Ich hab's rumgehüpft. Oder einen Kreis, dann tut er sich so langsam hinfallen. So, das war der erste Kontakt. Mission schon abgeschlossen. Guck an. Die Antenne oben hab ich erledigt, die ist weg. Auf dem Berg. Die hab ich schon mit weggemacht. Geht die Meldung noch nicht weg? Such den Feld, such den Bunker. Gehört nicht mehr. Benutzen. Meins. Gut. Ach so, ich hab schon grad die Mission hier angenommen im Auto. Ach so. Deswegen wird die ganze Zeit angezeigt. Ja, da steht hier das Kommando Bunkernetzwerk. Suche den Feldzugsplan im Bunker Minken. Im Bunker Sorken. Im Bunker Merden. Im Bunker Uttern. Im Bunkersquadern. Im Bunker Hermelinen. Halber rechter Büschel. Oder das Volkertag hier. Irgendwie eine andere Mission. Der Weg der Götter haben wir. Das ist ne Nebenmission. Oder wir halt die Hauptmissionen haben. Oder wir sind ja ganz am Zipfel zurück. Unter Deck, unter Schlupf. Ne, Leuchte und Sternen. Ich will das nicht. Ich mach das aus hier. Verfolgung beenden. Okay. Zack. Yes. So geht das. So, wo ist denn jetzt erster Kontakt? Erster Kontakt hier ist, äh, ganz, äh, da wo wir herkommen. Also, im ganzen Staat hier, ne? Ganz rechts muss er auf die Karte gehen. Dann gehen wir hier näher. Wegpunkt setzen. Der Jäger ist ne Nebenmission? Ist das dort auf dieser Dings da gewesen? Ich hab die zwei gerade gesetzt. Da ist es. Ah, da. Ah, das glaub ich jetzt sehe so. Der Jäger ist ne Nebenmission, ne? Mhm. Die ist da ganz in der Nähe, deswegen. Ach, wir kennen eigentlich auch, äh, den nächsten Schlupf da. Also, müssen wir nicht ganze Dinge fahren, ne? Stimmt. Wir kennen dann den Bauern-Unterschlupf, Bauernhof. Du hast vollkommen recht, ne? Äh, Schnellreise. Schnellreise. Zack, Abfahrt. Ich hab jetzt diesen Hof da genommen. Ja, ich auch. Bauernhof da, was das war. Ich mach mir auch nicht mehr so mega lang, haben wir schon halb drei. Mhm. So. Oh, was ist hier alles? Na, was ist hier alles zu? Weil das alles unter Schlupf ist. Da ist noch Nuten hier. Waffenkopf zu hier. Oh. Okay, nochmal. Baysy. So, grüner. Mitnehmen. Medis. Gut. Ach, so wieder Zielfernrohr. Ne, was soll ich denn da damit? Hm, aber komm gerade. Bäh. Was ist da wohl? Komm mal. Munition. Ach so, kann ich ja auch. Wenn du eh. Vielen Dank. 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 Ja, Augen zu und durch. Hallo. Oh, da ist ja ein Riese. Ja. 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 denn die waffen gott hat er haben kann ja wo ist die burg auch du heiliger 1 1 nicht der jäger nebenmission die burg ist ja ganz an der nähe der erste kontakt ist ich habe eine markierung eingesetzt auf 1 anscheinend ruine oder das die mir auch gerade so hochkommt doch wer einfällt immer ein zick-zack vor allem naja dann hört es nämlich schon auf ok ok du hast recht jetzt überhaupt ein weg da hoch ja den gibt so dass der ist ganz schön besuch hier leuchtet hier neben hier hoch Du bist fast in Il-Beholmann-Kassel. Unsere Hauptpriorität ist die Ente, die unsere Dispatch-Squad hat auf den Krieg gebracht. Hoffentlich, das wird uns eine Klühe über, wo diese Dinge kamen, oder wie sie kamen. Es wäre besser als nichts. Vielleicht. Wenn du den Baum hochkrabbeln, dann sehen wir auch. Ich glaube, entweder rechts oder links hoch. Ja, links ist irgendwie. Links ist zu steil. Da tut sich nichts hier. Da hinten kannst du klappen. Schöne Gegend, wa? Ja. Weil der Sascha so nach unten guckt, deswegen. Doch, der guckt, sie bildet die Gegend an. Ja, schon. Schön gemacht so. Schönes Baunorama. Bälle, oder? Zitzen Müllenолн Bluey. Du bist wieder Khanna, oder? Was? Da links oben. Das wär 이상. Wir winen wir gleich hinten. Ich hab no Ebel wieder was drin gehabt. richererweise veterussager ist er noch EAENlenlen? Ja. das kinder die corinne ruiniert ruiniert bekommen wir denn hier hoch von ibo räumen in der mitte des kleinen sees ist xx kalibur so hinten lang hier ist hier gar nix hier ist mehr rucksäcke rum der nächste 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 doch dreiliger ist hier los 50 und 50 neue hunde ich komme zu euch ja das ist ein dicker ein landsblech der hier noch danach so schon hier kann man auch noch wo 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 hinten in der nächste kann man irgendjemand wo fällt mir denn der wo 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 ist wo musst du hier ach scheiße warum muss ich denn jetzt spawnen hier ach alter vater hier ist kein spawnpunkt wie gehen die medifacts aus die treffen ja auch immer ganz genau die schweine ich habe keine medifacts mehr ach nicht schlecht wer trifft mich denn jetzt hier dann beim haki dann unter schlupf zack geht ja ist ja nicht so weit weg fahrrad nehmen ab die brüste dann halte ich ruhig mache ich mensch vorrat ab zack aber kommen wir hier in die kürze hoch ja da lang da sind sie unterwegs hinein ooooh hm meeeeesch kerle komm vor ja da kommen wir nicht weit bitte ich komm schon gar nicht ach schlacht jetzt auch wie kampf eingetreten hm mensch läuft doch hm 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 und ha re banc von mir ja hm th Was Page heute da sind ja so ein paar die an der panzer forst ja ich hab auch noch das ist schön über den kurs war allein ist es richtig ist auch gut wie gelesen dann hören die schlechter noch mal was ach so regt wegen den hirnig nicht so gut kann man auch blank ich meine aus der puste ist man kann kaum drei treppen steigen ich war neben er nicht er geht auch mal weiter nach unten natürlich nein hat er dich oder was jedoch zum hundpatrouille oder ich war noch nicht oder ich lenke ich schlafe noch ohne rum also ich bin oben wo ich oben bin aber ich bin schon mal oben scheiße ich bin irgendwo zwischengepackt verdammt hilfe ist das bei dir peter ja ach du hast doch schon einen wieder mensch kannst du nicht über den blöden zaun hoppen komm auf jetzt sie gibt gas hallo ziel ist so schön so wo ist der riese weiß schon nicht so genau da hinten steht er ah ja deswegen ganz einfach aus gewicht jawohl frau natürlich bleibst du jetzt hier hängen ist doch klar da schon wieder aufgeben das gibt es doch nicht wo ist denn jetzt mein zielfernrohr hier von dem ding ok abtisch ich habe dringend so wie er ist die kacke was für medikin zu der russ oder hast du kommen ich habe noch eins glaube ich war da was drin die geräusche mag ich nicht hier ist noch irgendwo was geräusche da wer hast du gefunden ja das ist ein dicker nein hat gewollt da hat ewig hier im Ecke standen und hat gewimmelt. Fede, wo bist du dann? Dort! Ha, dort! Tu das nicht! Tu das der nicht! So, bin auch da. So, irgendwie, irgendwo ist auch was. Das ist ja nicht. Das ist nichts. Aha! Was denn? Hier oben. Ah! Krack! Verspinnen die ja hier! Wo ist denn? Die kommen aber auch auf dich zu! Gerennt, ey! Boah! Die können wir wieder saft gezogen hier! Wir gehen wieder ohne! Schwergarten, ey! Schwergarten, ey! Schwergarten, ey! Schwergarten! Schwergarten, ey! Was ist das denn? Bist du das? Wie schießt du was? Der Peter! Ist die schon tot? Ach ja, oder müssen wir hier, oder was? Hier unten ist ein Zeltplatz. Boah, dieser Wind hier, das Geräusch. Hier ist noch ein paar Attage, oder ein paar Rucksack. Der Vehikel ist empty, dann müssen wir die Ruins investieren. Hier oben ist noch ein Medicaid drin, Haki. Ja, ich habe ein paar gesammelt, danke. Also, in der Ruine muss irgendwas lieben, was wir finden müssen. Ich habe was gefunden, oben hier drauf. Was? 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 Okay. Okay. Habt ihr was gefunden? Oben, wenn du den Trepp hochgehst in der Ruine, da war so ein Hinweis. Sag mal, bellt ihr denn noch irgendwas? Ist das ein heulicher Hund? Nee, eher so ein elektrischer Hund. Wie so ein Bachbund. Wie so eine Alarmerlage, so eine dreckige. Die nämlich wie ein echter Hund klingt, sozusagen. So klang das gerade, aber wie gesagt, kann auch sein, dass ich mich da einfach gehört habe. Das soll ja auch ein Eulengeräusch sein. Nichts gehört. Nichts. 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 So, Sascha. Sascha? Ja. Zu Gegner? Nein. Nein. Oha. Toll, kannst du einiges an Taschenlampen oder so suchen. Haha. Wie ist das? Hier ist was, ein Waffenkopf. Ach so. Rekte in der Nähe ist noch Hauptmission noch hier. Landekopf. Schiffpunkt ist gesetzt Nummer 2. Das liegt bei dir, ob du da mitmachen willst. Da kommst du nicht an der. Machen wir noch. Guck mal, hier schmerzbar runter. Ich glaube. Ich glaube, ich bin überladen. Kann das sein? Eben, ich habe den Käller habe ich denn noch. Aha, ich denn noch. Oh ja, ich bin nach 10 Deutschland frei. Da müssen wir mal ein Visiten drauf machen. Sturmgewehr habe ich immer wieder von. Sprinten deaktiviert. Oh ja, ich bin eindeutig zu viel auf dem Kasten. Inventar. Ach du Gott, 67 Kilo. Ui, das ist ein bisschen zu viel. Ja, 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 ich muss jetzt irgendwas hier los hören. Was ist denn hier noch schon? Fette Sauro. Wo ist denn das? Ah, deswegen bin ich auch so langsam und dauernd aus der Puste. Das ist ein wunderschöner Ort, um ein paar Container zu erzeugen. Es gibt keine Straße zu erzeugen, nicht sogar ein properer Weg. Ich glaube, das ist, wie die Maschinen werden allgemein verpackt. Mal sehen, ob du nichts über die Container zu finden kannst. Ein Sommeling-Stand ist hier unten. Wenn wir nur noch runterkommen, muss ich noch nichts wissen. Ja, das sieht schlecht aus. So, jetzt. Oh, da ohne Lauf war auch wieder Maschine rum. Ja, aber ich müsste nicht vorher runterkommen. Sehr, jetzt kann ich wieder laufen. Oh, zwei Feindigkeitspunkte. Da müssen wir doch mal hier... Nicht? Oh, ich auch. Ich komme immer neben mir. Run at Gun, verringere die Schussstreuung in Bewegung. Wow, 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 wow. Uiuiui, das war aber knapp. Erhöhte Chance beim Feuern auf einen Gegner, der einen anderen Spieler attackiert, Taumeln zu verursamen. Das sind jetzt Krokodile, oder? Das sind jetzt Krokodile, oder? Die sind hier runtergekommen, da? Ein bisschen gerutscht. Ein bisschen Energie verloren. Oh, wir werden sehen, ja. Oh. Das ist natürlich nicht so gut. Ein bisschen. Also, der Schauschützen ist für die Kites. Der Schauschützen ist für die 많은 Leute zum Gazpromos. Na, verstecken gilt nicht, mein Freund. Grusé. 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 Aja. Juuu. Ich bin noch heilig runtergekommen, aber wie? Da ist ja noch einer. So. Das ist noch nicht ... Ich bin noch heile. Ohne Verlust runtergekommen. Oh oh oh, 66. Jetzt muss ich aufbeißen. Ja nicht mehr so viel Inventar oder zu viel überladen bin. Das ist ja von Krokodilens hier, die knallt irgendwas. Hier ist noch was. Dann brauche ich ihn dreimal in den Müller dabei. So, die hier weg. Ablegen. Ich höre dich doch hier. In den Containern oder was. War drin? Mhm. Wieso nimmst du den? Störsignale. Ah ja. Wieso? 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 Huh. All the letters are common to both the Cyrillic and Latin alphabets. We still haven't pinpointed the exact position of that enemy signal the Recon Squad was tracking. It's emitting from somewhere on that beat so you close. 10. Who? Don't ask for that. Don't ask for that. Yeah, I have to do it. That's right. Good flights. Yeah, I see it still from my perspective. Oh, yeah. There are two in there. Right, right. Okay. The buildings. Where are they? What's that here? Right, right. So this is where we are. A Satan has no police left. In the Burg, there must be three weapons. What? Where should they be? In the Ruin or something? Yeah. Three weapons. Well, we have everything up there. There is no entrance and nothing. Well, apparently nothing. We have to find the other regions in a Satan. Each region has a command bunker. So I imagine we can follow new leads using the other war boards. Yes. And maybe find some other survivors too. We're not alone. We can't be. We just need to find them. I just want to find out. I just want to find out. Yeah. I thought there were a bit of Drecke lying. That's all. What's the thing like? ich aus du kannst nicht sagen du kannst dich nicht schminken wirst du mit dem stift vor und schwerer fahrrad oder so naja ich würde gerade sagen du willst ein schnauzer machen das ist nicht ganz genug das titan farbe ist toll das ist meine meine brille kugelsicher dein helm na klar aus st sim 3 start so jetzt müssen wir noch mal zurück zur kirche nennt um dann mal da abspeichern hier wollte sie abgespeichert oder es ist ja dann in die nähe auf sprechen wo hin müssen und zwar bei unter schlupf tübig unter schlupf tübig ich kann mal markieren ich geh mal da hin und siehst wo ich bin ja was da war weg ist ich bin nicht da müssen wir sehen können bei der kirch der kalbi da habe ich jetzt zwei gesehen hat jetzt kommt man längst oben wieder oben links oben links bei der karte ich sehe dich noch mal vor uns hier oben stehen mit ich guck dein stream peter und sehe ich mich da nicht mehr stehen bei dir bauernhof sternhagen oder was weiter links bitte bei baustein ein bisschen weiter runter ein bisschen weiter rechts versteckt unter schlupf schnell reise es war ein bisschen verdeckt weil da noch irgendwas drauf war traktor oder so was traktor bilder oder so was ich weiß es nicht wow das ist schon geil ich schreck mich doch nicht so da kann man jetzt mal einiges an schrott loswerden macht das scharfschätzen gewährder das nutze ich da eh nicht ablegen ich sage ich gar nicht auf der karte nicht bei uns schon mal viel leichter so viel waffen braucht kein mensch dann habe ich schon eine weg damit mauser jakke auch wunderbar ich sehe euch auf der karte das hat doch hier so Wieso kann ich in eine Tee reisen? Bist du schwer? Überladen vielleicht? Wieso? Wäre jetzt eine Vermutung. Ich konnte es vorhin auch nicht. Soll ich hier nicht noch ein Werkzeug haben? Und entdeckte Unterschlupf. Na ja, guck an. Was ist denn? Der Weg der Götter. Neben Missionen. So. Dann würde ich sagen, hier wird ein Ende, oder? Dann sage ich mal recht herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Auch die Leute, die zugeschaut haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part dann wieder. Zu Generation Zero hier, bevor die Skamhaus. Bis die Tage. Macht's gut. Ade. Tschüss. 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 Vielen Dank.